Ich möchte jetzt noch ein paar weitere Wandler kurz auflisten. Die haben jetzt vielleicht nicht so häufige Anwendungsfelder, aber die können nach ähnlichen Prinzipien beschrieben werden. Zunächst möchte ich noch drei Wandler auflisten, die jeweils nur mit einer Diode und einem Schalter auskommen. Das heißt hier als erstes den sogenannten Juke-Wandler, nach seinem Erfinderslob oder ein Juke genannt. Wie sieht der aus? Der hat eine Eingangsspannungsquelle, eine Induktivität am Eingang, dann einen Schalter nach Masse und jetzt eine Kapazität, eine Diode und eine zweite Induktivität am Ausgang. Also hier eine Eingangsspannung UE, haben dann hier, wenn wir auch einen Lastwiderstand wieder drin haben, die Ausgangsspannung UA. Auch hier wird der Schalter mit dem Pulsweitenmodell anbetrieben. Natürlich gibt es noch andere Arten und Weisen. Was ist das jetzt? Englisch bezeichnet man entweder auch als Juke-Converter oder Boost-Bug bzw. Inverting-Boost-Bug und das sagt dann auch die Funktion. Das heißt tatsächlich, die Ausgangsspannung UA wird wieder betragsmäßig größer als UE sein oder kleiner. Das sagt das Boost-Bug aus und wir haben eine Polaritätsumkehr. Was ist jetzt der Vorteil zum Beispiel gegenüber dem Inverswandler, den wir vorher kennengelernt haben? Der Vorteil ist jetzt, dass sie sowohl am Eingang als auch am Ausgang Induktivitäten haben und deswegen die Stromwelligkeit hier beispielsweise reduziert ist. Das heißt hier Eingangsstrom und Ausgangsstrom werden jetzt deutlich geringere Welligkeiten haben, beziehungsweise vor allem der Eingangsstrom gegenüber dem Inverswandler und der Strom, der in diesen Ausgangskondensator reinfließt. Das ist einer der Vorteile. Ein Nachteil könnte sein, wenn man den falschen Kapazitäten wählt, diesen kapazitiven Energietransfer, den wir jetzt hier zwischendrin haben. Und er ist von der Regelung her etwas komplizierter. Wir sehen, wir haben hier deutlich mehr Energiespeicher. Deswegen haben wir hier zum Beispiel zur Regelung ein System vierter Ordnung, was dort geregelt werden muss, wohingegen die anderen DC-DC-Wandler bloß ein System zweiter Ordnung darstellen. Aber das ist der sogenannte Schuck-Wandler. Dann gibt es noch zwei andere ähnliche Wandler, weil auch zwei Induktivitäten haben und kapazitiven Energietransfer. Das ist einerseits der sogenannte CPIC-Wandler. Das steht für Englisch Single Ended Primary Inductor Converter. Vom Aufbau her wieder unsere Spannungsquelle am Eingang. Wir haben jetzt am Eingang, wie der Name sagt, eine Induktivität L1. Dann haben wir einen Schalter nach Masse, haben dann wieder einen kapazitiven Energietransfer. Zweite Induktivität jetzt nach Masse. Das heißt hier, das ist jetzt der Unterschied gegenüber dem Schuck-Wandler. Statt der Diode die Induktivität und haben dann hier zum Ausgang hin die Diode. Und was für Eigenschaften hat der jetzt? Dieser hat eine Ausgangsspannung UA, die größer als UE ist oder kleiner. Das heißt, ein Wandler, der sowohl eine höhere als auch eine niedrigere Spannung erzeugen kann. Wir haben keine Polaritätsumkehr. Das heißt, die Ein- und Ausgangsspannung werden die gleiche Polarität haben. Das Spannungs-Übertragungsverhältnis im CCM-Modus wird sein. M ist gleich D durch 1 minus D. Achtung, das hatte ich hier oben unterschlagen. Mal kurz hin beim Schuck-Wandler. Minus D durch 1 minus D. Und er kann ähnlich eingesetzt werden, wie auch der Hochsetzsteller zum Beispiel an Stellen, wo wir eine Batterie-Eingangsspannung haben und ist dann interessant zu nutzen, wenn sozusagen die Eingangsspannung beispielsweise einer Batterie sich im Verlauf der Lebensdauer so stark verändert, dass sie zunächst zum Beispiel größer ist als die Ausgangsspannung oder dann auch kleiner sein kann als die Ausgangsspannung. Das kann nicht der Aufwärtswandler nicht. Dort würde man diesen C-Pick einsetzen und ein zweiter Wandler, den man aus dem C-Pick kriegt, wenn man hier eine Stelle Ein- und Ausgang vertauscht, ist der sogenannte CETA-Wandler. Im Englischen auch CETA-Converter, man hat jetzt nichts weiter hinzu. Haben wir wieder Spannungsquelle am Eingang, haben jetzt aber im Eingangspfad einen Schalter, der mit PWM angesteuert wird, haben dann zuerst die Induktivität zum Bezugspunkt, den Kondensator für den kapazitiven Energietransfer, dann eine Diode nach Masse und eine zweite Induktivität zum Ausgang hin. Die Ausgangsspannung kann hier genauso wie beim C-Pick größer oder kleiner sein als die Eingangsspannung. Wir haben wieder keine Spannungsumkehr. Wir haben dasselbe Übersetzungsverhältnis im CCM-Modus und entsprechend ähnliche Anwendungen, wobei jetzt der Unterschied ist, im Wesentlichen zwischen den beiden, der C-Pick hat einen gut geglätteten Eingangsstrom, weil dort die Induktivität am Eingang ist und der CETA-Wandler hat den Strom in dieser Induktivität am Ausgang gut geglättet. Das heißt, der Ausgangsstrom, die Anforderungen an den Kondensator am Ausgang sind hier geringer oder wenn wir eine Last haben, die hier einen geringeren Stromrippel braucht und wir können oder wollen dort keinen Kondensator hinschalten, dann kann man dort den CETA-Wandler einsetzen. Das sind also jetzt die weiteren drei Wandler gewesen mit zwei Induktivitäten, kapazitiven Energietransfer und dann möchte ich noch einen letzten nicht isolierten DC-DC-Wandler kurz aufmalen und zwar den nicht invertierenden Hoch-Tiefset-Steller, englisch Non-Inverting Bugboost, wobei der auch unterschiedliche Namen hat an dieser Stelle und zwar ist das, was ich hier drunter verstehe, eine Schaltung mit an der Stelle zwei Schaltern, zwei Dioden und nur einer Induktivität, das heißt wir haben hier eine Eingangsspannung, haben einen Schalter am Eingang, dann eine Diode nach Masse, die Induktivität und haben dann einen zweiten Schalter nach Masse und eine zweite Induktivität zum Ausgang hin und dieser erzeugt aus dieser Eingangsspannung eine Ausgangsspannung an dieser Stelle, die auch wiederum größer oder kleiner sein kann als die Eingangsspannung, aber keine Spannungsumkehr, keine Polaritätsumkehr. Tatsächlich kann man sich das vorstellen, man kann hier unterschiedliche Betriebsarten machen an dieser Stelle, wir könnten zum Beispiel den Schalter S1 dauerhaft einschalten und dann den Schalter S2 takten, dann haben Sie einfach einen Hoch-Set-Steller, Sie könnten dann den Schalter S2 dauerhaft ausschalten und nur S1 takten, dann haben Sie dauerhaft einen Tief-Set-Steller, Sie können S1 und S2 gleichzeitig takten, man kann auch die beiden Dioden D1 und D2 nochmal durch weitere Schalter ersetzen und dann noch andere Modulationsverfahren machen. Tatsächlich nehmen wir mal an, dass wir die Schalter hier beide mit demselben PWM-Signal ansteuern, das wieder ein Tastenverhältnis von D hat, dann kann man auch hier sagen im CCM-Modus das Spannungsübertragungsverhältnis wird sein D durch 1 minus D. Wie wir das herleiten, werden wir später sehen, hier an der Stelle jetzt bloß mal diese Schaltung vorgestellt und das ist jetzt sozusagen eine Sammlung der vielleicht wichtigsten DC-DC-Wandler, die wir haben, ganz wichtig, die wichtigsten sind diese drei, der Aufwärtswandel-Hochsetzstelle und der Inverswanderer, das sind die wichtigsten, die anderen je nach Spezialfall einsetzbar, aber trotzdem häufig anzutreffen, deswegen hier erwähnt, wir werden nicht alle im Detail durchsprechen, aber wir werden die grundsätzliche Methodik kennenlernen, im Folgenden, um diese DC-DC-Wandler zu analysieren und dann kann man auch weitere kompliziertere Schaltungen zum Beispiel analysieren.